Hey Schwuletten, was läuft? Mann, ich war die ganze Nacht auf dem Clou wegen dem Hähnchen. Ich dachte, ich krepiere. Hat einer Geld für mich für die Pause? Ich kann dir was leihen. Wow, ein Jude will Geld. Das ist ja mal was Neues. Innerlich bin ich eben manchmal sensibel. So. Und bei solchen Ungerechtfertigkeiten mir gegenüber, da reagiere ich schon mal elektrisch. Ich tausche meine Chuchu Nitsumi gegen deinen Pinguin. Verdammt, man soll tauschen, du kleines Arschloch-Pinguin. Erikas Schwester.